ich bin ja mal gespannt ob man das hier so richtig bauen kann vor allem es lässt dir auf sehr vieles hoffen mit diesen mit diesen teilen da da brauchst du eigentlich holz nimm holz wenigstens sammelt man dementsprechend auch holz weil wenn ich da 20 stück brauch für ein einziges brett so Wie gesagt, ich denke auch, dass ich gegen den Golem da ein bisschen besser vorankomme, wenn ich da die anderen Waffen habe. Aber jetzt habe ich erst mal ein bisschen Holz. Achso, wenn ich im Menü bin, kann ich nicht da rein. 500 habe ich schon. So, ich würde gerne das hier auffüllen einmal. Können wir da nämlich ein bisschen durchlaufen lassen? Achso, und im Baumenü hast du ja vorhin gesagt, kann man... Okay, bewegen, abbrechen. Nach links drehen, nach rechts abbrechen. Dann müsste ich im Grunde... Achso, das geht gar nicht. Ich kann das wahrscheinlich nur... Ja, ich kann das da nicht bewegen. Da bräuchte ich quasi eine andere Tür, die ich mir hergebaut habe und dann würde das gehen, ne? Okay. Schau mal, wir haben die Knochenkeule, möchte ich jetzt gerne machen. Und da fehlen mir auch noch Bretter, das ist klar. Die holen wir uns jetzt ja auch. Vier brauche ich. Okay. So, weil dann machen wir uns nämlich noch die hier. Dann sollte ich eigentlich doch eventuell das dazu stillen können. Ja. Nice. Das ist nur die Frage, ob ich gegen den da ankomme. So. Okay, die lasse ich mal. Schauen wir mal, wir können ja noch die Blutpresse, oder wie hat das denn geheißen? Blutpresse, da brauche ich zwölf Brett, also ich brauche echt viel. Ich muss extrem schauen, dass ich hier Holz noch rand schaffe. Ja. Auf jeden Fall noch mehr Holz mit rand schaffen. Aber jetzt sollte das ein bisschen schneller gehen, oder? Mit den besseren Äxten. Hoffe ich. Und jetzt wollte ich auch noch mal das da probieren, die Kiefern zapfen. Die kann ich mir dann quasi hier... Okay, das muss wahrscheinlich grün sein, dass ich das platzieren kann. Ah, oder innerhalb des Gebiets, okay. Alles klar. Alles klar. Aber ein Kupfer wäre eigentlich interessanter als Stein. Ich glaube auch nicht, dass ich mit ein bisserl Kupfer weit komme. Was entdecke, wissen wir, neue Kräfte, indem du das Blut eines V-Blutträgers trinkst. Aber einen V-Blutträger muss ich ja auch erst einmal erwischen, ne? So, jetzt schauen wir mal, ob du da noch Kupfer findest. Da haben wir noch Kupfer. Moment, da haben wir noch. Wie viel habe ich denn? 200, 34, okay. Das Ding baue ich hier noch ab. Und dann mache ich noch ein bisschen Holz. Ich glaube, ob sie beide erwischt. Oh, ja. Oh ja. Oh, da liegt aber auch viel Zeug. Bleib mal im Schatten, wenn es geht. Ist hier ähnlich ganz schön viel Loot? Ah, okay, wegen dem. Alles klar. Das war wahrscheinlich echt wegen dem, dass da so viel Lootzeug rumliegt. Ich lasse das mal offen. Oh, Inventar voll. Alles klar. Gleich die nächsten durchlaufen lassen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mir da so eine Blutpresse herstellen kann. Schmelzofen brauche ich definitiv. Ich stelle jetzt einfach mal da draußen her. Irgendwie da? Blutpresse. Da brauche ich noch mehr Bretter. Okay. Okay. Muss ich einfach nur reintun und dann läuft's. Alles klar. 18 ist doch schon mal was. 22 besser gesagt. Blutpresse. Ja, würde ich halt dann daneben stellen. Vielleicht nicht unbedingt hier neben dem Aufgang, aber muss das relativ nah stehen. Keine Ahnung. Die Frage, ne? Muss wahrscheinlich hier schon irgendwie... Ah ja, okay. Da geht's ran. Alles klar. Grundlagen. Wollen wir da eine daneben stellen. Ich denke mal, das wird auch ganz gut sein. Achso. Anheizen sollte ich's, ne? Jetzt gleich nochmal hin. Boah, jetzt ist da schon wieder so ein Viech. Ja, ouch. Okay. Da ist noch alles gut. Ja. Also hier braucht man sich selten darum kümmern, oder? So, Dina sagt. Das ist auch noch sowas, was mich interessiert. Oh, sieht das Ding aus? Es wäre ja natürlich nicht schlecht, wenn das Ding ausgeht, wenn der Mond aufgeht, ne? Aktuelle Verfolgung. Schauen wir mal. Gut, ähm, sollte ich vielleicht nicht unbedingt tagsüber machen, ne? Wir könnten uns mal hinlegen zum Schlafen. Ist jetzt schon Nacht? Nee, ne? Verfliegt die Zeit eigentlich dann schneller? Nee. Aber es regeneriert auf jeden Fall, ne? So. Da wollte ich ran. Blutpresse. Okay. 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 Servus, Le. Servus, Le Camille. Vier Stück bringen 60. Ah. Das heißt, ich kann die einfach immer hier gleich reinschmeißen. Moon is rising. Jetzt wollte ich trotzdem noch mal ganz kurz gucken, ob ich schon kupfermäßig, wie viel ich da hab. Acht Barren. Mal schauen, kann ich mir Kupferschwert schon herstellen? Ja, da brauch ich 16 Kupferbarren, ne? Das ist schon hart. Na, was geht bei euch? Alles gut. Hey, heute ist das Internet hier echt bescheiden. Bei mir schmiert der Stream ständig ab. Wird deshalb mal los. Bis denn und viel Spaß noch. Okay, danke, dass du mit reingeschaut hast. Also hier läuft auf jeden Fall die Übertragung hervorragend. Tüdelü, wenn wir noch mal, ist klar. Also danke, dass du mit reingeschaut hast. Ui. Spinst. Du bist ja gleich ein Dicker hier, ne? Hallo. Achso. So, einmal Tierhaut, bitte. Ich würde halt gerne, wenn ich den Alpha-Wolf jetzt ja dann schon jagt, dann lieber mal schauen. Oh, da ist noch Kupfer. Also, Test-Transfer-Items from your inventory is the same type of... Ah, wenn ich das im Container schon habe, dann kann das automatisch rüber. Das ist natürlich nicht schlecht. Oh, Knochen verpasst. Sägewerk, da ist zwar noch Holz drin, aber ich würde gerne nochmal hier so einen halben Stag mit reintun. Sag mal, da mit wassergefüllte Feldflasche. Löscht deinen Durst nicht, kann aber auf andere Weise nützlich sein. Leder. Oh, Knochenarmbrust. Cool. Die habe ich gar nicht gesehen. Warte mal. Tun wir hier mal auf die vier. Habe ich da überhaupt Munition dazu? Aha. Wiederverwertbar. Eine Fernkampfwaffe für die Bolzen und Netze abfeuert. Ach, das habe ich von dem einen Typi hier bekommen. Warte mal, die Dinger tue ich mal hier raus. Das lasse ich drin. Was gab es bei euch Gutes zum Essen? Ähm, noch nichts? Ja, doch. Heute um einsehe ungefähr oder so habe ich mal ein paar Scheiben Toast mir gegönnt. Das gab es. So, ich muss schauen, dass ich noch Kupfer herbekomme, weil das wird nicht reichen. Kannst du dein Schwert bitte nehmen? Kommt gleich der nächste. Das nächste Opfer. Hallo, Karolinchen. Schau ich mal, weil hier ist bestimmt wieder dieser Baum unterwegs. Dieser Trint. Vielleicht kann ich den aber auch erledigen. Ah, nee, der ist ein bisschen hart. Okay, der ist ein bisschen hart. Ich lasse den dann mal lieber. Sammeln wir mal lieber das Zeug ein, was hier noch so rumfliegt. Und vielleicht finde ich ja gleich nochmal Kupfer. Ey, was da nicht alles liegt, ne? Also ich bin auf jeden Fall nicht der einzige Übeltöter hier. Kann ich das jetzt auch schon abbauen? Da bekomme ich irgendwelche Kristalle wahrscheinlich noch raus oder sowas. Edelsteinstaub. Und sonstiges Gedöns. Ich bräuchte aber Kupfer. Hatte ich da oben vielleicht noch Kupfer? Wow. Wow. ich glaube es diese woche nur zwei streams was ist bei dir los ich weiß noch nicht was genau also vermutlich werde ich am mittwoch also auch wieder mit dem bretze auf jeden fall unterwegs sein aber wahrscheinlich in ark aber wenn du schläfst dann ist es mir auch recht verdorbenes herz jawohl so könnte sich das da haben wir kupfer ich brauche bitte ganz viel oh inventar ist voll alles klar doch mal ein paar sachen rausschmeißen ok schmelzofen schmeißen wir das mal mit rüber das ist nicht sehr viel ich brauche 20 dafür ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht was ich jetzt hier rein tun soll in die kisten und was ich einstecken lassen soll aber ich denke dass ich mal die tierhaut raus tun inklusive dem leder und auch diesen lederbeutel sagen wir da tuch können wir eigentlich eigentlich das leder und sowas rein tun pflanzenfasern knochen kann ich eigentlich wieder hier in die rattenfalle rein tun da habe ich noch mal gespannt ob ich das für irgendwas anderes auch noch brauche halt warte mal nehmen wir mal nur die hälfte bitte geräte kann nicht teleportiert werden ich tue das da auch mal rüber ich denke mal die pflanzenfasern sind jetzt erst einmal wurscht roher nebel stein blutpresse da kommt aber richtig was zusammen hier noch irgendwas dankeschön da habe ich heute mit angefangen macht schon spaß das game ja doch also ich habe es ich habe es vorhin halt mal angespielt bevor ich es bevor ich mich dann entschieden habe das zu machen und dachte mir ja warum nicht ich habe ich hatte auf jeden fall auf der wunschliste stehen und dann dachte ich mir okay dann mache ich das jetzt heute einfach mal mit euch ein bisschen anzocken er hat wieder nur die hälfte gelesen okay kann ich nicht in karmel ob ob es diese woche nur zwei streams arg du willst also sterben gehen ja wirst du my time mit sandrock zocken irgendwann mal er will nur mit ich sein also my time mit sandrock ist es auf meiner wunschliste aber ich sehe es glaube ich glaube 20 euro oder was das ding kostet sehe ich nicht ein da warte ich noch also mein tester hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht für 20 euro gekauft also von daher bin ich schon sehr dankbar dass ich es bekommen habe ich brauche nur holz 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 hat wieder nur die hälfte gelesen ja ja das passiert mir aber oft gerade wenn es dann im chat recht schnell nach oben geht und ich das nicht mitbekommen im augenwinkel dann lese ich leider oft nur die hälfte ist wirklich schade ich denke mal dass dieser alpha wolf halt recht stark ist deswegen würde ich gerne schauen dass ich auf jeden fall die bessere waffe habe bevor ich mich mit dem anleg die Untertitelung des ZDF für funk, 2017